Die sportliche Talfahrt sowie die Spekulationen um die Zukunft von Trainer und Sportdirektor haben ihre Spuren hinterlassen. Punkt, 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 Punkt. Es mehren sich die Anzeichen, die auf ein Stühlerücken beim sächsischen Bundesligisten nach Saisonende hindeuten. Punkt, 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 Punkt kamen aber auch von ihm keine Informationen. Video, Werner erklärt die Leipzig-DNA, das gibt es weltweit kaum. Nur so viel stand für Rangnick vor den ausstehenden Partien gegen den VfL Wolfsburg und bei Hertha BSC fest, die Champions League können wir nicht mehr schaffen, aber die Europa League ist noch allemal drin. Punkt, 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 Punkt. Es geht darum, aus einer Spielzeit mit Höhen und Tiefen noch das Bestmögliche zu machen. Punkt, 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 Punkt. Die nächsten beiden Wochen entscheiden über den gesamten Saisonverlauf. Wenn die vergangenen Wochen der Indikator dafür sind, wird Leipzig in der kommenden Saison nicht im Europa-Cup spielen. In den zurückliegenden fünf Pflichtspielen holte RB nur ein Unentschieden und kassierte vier Niederlagen. 18 Gegentore stehen für diesen Zeitraum zu Buche. ... Die Leipziger sind auf den sechsten Platz abgerutscht und haben nur noch einen minimalen Vorsprung auf die Teams dahinter. ... ... RB Leipzig ist die Luft raus. Es fühlt sich so an, als ob wir in den letzten Wochen die Zinsen für die letzten zwei Jahre zahlen und die auch richtig, sagte der. ... Punkt, 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 Punkt. Frustrierte Hasenhüttel nach der Pleite durch die Gegentore von Pablo de Blases per V-11-Meter, 29. ... Alexanderu Maxim, 85. und Debutant Bote Baku, 90. Die mentale Stärke reicht momentan für maximal 30 Minuten. ... Punkt, 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 Punkt. ... derzeit kopflos agiert, nach den Belastungen durch ihre erste Europa-Cup-Saison in ihre Einzelteile zu zerfallen. ... Ein Indiz dafür sind neben den gegenseitigen Schuldzuweisungen nach der Niederlage beim FSV auch die Undiszipliniertheiten. ... ... Video verspielt Leipzig Europa? Hasenhüttel, da ist die Luft raus. Der immer wieder mit seinem Abgang-Kokettierende Emil Forsberg ist bereits bis Saisonende gesperrt. ... ... Der zum FC Liverpool wechselnde Naby Keita holte sich in Mainz in der fünften Minute der Nachspielzeit eine völlig unnötige gelb-rote Karte ab, und auch Kapitän Willi Orban fehlt gegen Wolfsburg aufgrund einer gelben Sperre. ... ... Hasenhüttel wohl vor Abgang bald ganz fehlen, könnten auch Hasenhüttel und Rangnick. ... ... ... Schließlich wird der Coach ständig mit anderen Clubs in Verbindung gebracht und der Sportchef als Nachfolger von Teammanager Asine Wenger beim FC Arsenal gehandelt. ... ... Wenn es für den Browser-Club ganz blöd läuft, muss im Sommer die Reset-Taste beim Projekt RB gedrückt werden. ... ... ... Darüber haben sich Rangnick und Hasenhüttel bei ihrem Gespräch im Mainzer Kabinengang aber angeblich nicht unterhalten. ... ... Punkt! 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 Ich habe ihm gesagt, er soll nach vorne blicken, berichtete Rangnick. Wohin genau dieser Blick geht, wissen die beiden wohl nur selbst. Punkt! Video! Vorsicht! Leipzig! Hinter Mailand jagt er Betrio um Forstberg! ... … Punkt! 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 ... ... Punkt, Punkt, Punkt.